Hey Freunde, was geht? Ich habe ein kleines Experiment gemacht und zwar ich habe Dating-Apps ausprobiert. Zum Beispiel Tinder, Lovoo und Badoo. Ich habe alle getestet und ich habe es nicht frühzeitig abgebrochen, weil mir aufgefallen ist. Ich habe zwar ein paar Matches bekommen, aber das ist einfach eine oberflächliche Geschichte und ich will nicht über so eine Dating-App eine Beziehung entstehen lassen. Für mich muss das in der Realität passieren oder über YouTube. Auf jeden Fall nicht mit diesen Apps. Ich habe es probiert. Ich glaube, es bringt sich mehr, wenn man die Premium-Versionen kauft, da wird man öfter anzeigt. Aber in echt ist es einfach nur Swish, 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 Swish. Bei den Männern zumindest, bei den Frauen weiß ich es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich habe es ausprobiert. Und mein Fazit ist, dass es komplett unnötig ist. Für mich auf jeden Fall, wenn Sie das mögen. Also ich brauche es auf jeden Fall nicht. Darum habe ich das Experiment frühzeitig abbrochen. Die Dating-Apps habe ich dann sofort wieder gelöscht und meine Konten gelöscht. Und jo, ich sage es euch, wie es ist. Es ist so unnötig. Wenn ich eine Freundin will, dann will ich es in der Realität finden. Und nicht über irgendeine Dating-Seite oder Dating-App. Ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen altmodisch, glaube ich. Aber sowas ist eher nichts für mich. Probiert es selber aus. Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Und jo. Das ist nur ein kurzer Real-Talkes eigentlich. Ich wollte es Ihnen nur sagen, dass ich es ausprobiert habe. Und ich finde es komplett unnötig. Und jo. Aber mich würde interessieren, ob Sie gute Erfahrungen damit haben. Vielleicht sogar eure Traumfrau gefunden habt durch diese App. Also schreibt es in die Kommentare. Wenn genug Kommentare da sind, werde ich ein extra Video dazu machen. Und das war es eigentlich heute. So dafür ist ein bisschen kürzerer Video. Aber dafür kommt nächste Woche wahrscheinlich wieder Shizu-Storytime oder Shizu-Talk. Auf jeden Fall bleib fresh und peace out, Freunde.